Du hast das Gefühl, dass mit deinem Geld irgendetwas nicht stimmt, oder? Du spürst, dass dein hart verdientes Gehalt mehr tun könnte, als nutzlos auf deinem Konto herumzuliegen? Du erkennst vielleicht das Potenzial, aber der Weg ist ein Labyrinth voller Möglichkeiten und Risiken, das sich vor dir ausbreitet. Ganz offensichtlich stehst du vor einer entscheidenden Wahl. Du kannst in der dir vertrauten Welt weitermachen wie bisher, wo dein Geld stillsteht und lediglich ein paar Zahlen auf deinem Konto darstellen. Oder du wagst den Sprung ins Neue, lernst was in der Finanzwelt wirklich abgeht und was für dich drinnen ist. In diesem Video zeige ich dir 5 Schritte, die dir den besten Start zu deiner ersten Investition verraten. Also lass uns starten. Hi, ich bin John von Capitalix und ich möchte dir helfen, mehr über die Themen Geld, persönliche Finanzen und Investitionen zu lernen. Wenn du finanziell unabhängig werden und dir keine Sorgen mehr um Geld machen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und gib dem Video einen Like, wenn es dir weiterhilft. Schritt Nummer 1 Finanzielle Ziele setzen Was möchtest du erreichen? Stell dir vor, du bist Architekt und möchtest ein Gebäude entwerfen. Ohne eine klare Vision von der endgültigen Struktur wird es dir unmöglich sein, die richtigen Materialien auszuwählen und einen effizienten Bauplan zu entwickeln. Und genauso verhält es sich mit finanziellen Zielen. Sie sind das Fundament deines zukünftigen Erfolgs. Finanzielle Ziele werden dir helfen, die richtige Anlagestrategie zu entwickeln. Hast du eine konkrete Anschaffung im Sinn? Oder möchtest du dir ein Vermögen aufbauen und dich für unerwartete Ereignisse absichern? Nimm dir jetzt gleich nach dem Video Zeit und kreiere deine genaue Vorstellung davon, was dein Geld bewirken soll. Je konkreter du diese Fragen beantworten kannst, desto besser kannst du deine Investmentstrategie aufbauen. Um dir eine Hilfestellung für deine Zielsetzung zu geben, solltest du deine Ziele immer smart formulieren. Dein Ziel soll so spezifisch wie möglich sein. Wenn es genau definiert und eindeutig ist, ist es für dich greifbarer. Es muss messbar sein. Dein Zielbetrag sollte exakt formuliert sein. Dein Ziel muss aktionsorientiert sein. Das bedeutet, dass du selbst beeinflussen kannst, ob du dein Ziel erreichst oder nicht. Setze dir auf jeden Fall ein realistisches Ziel. Natürlich sollten deine finanziellen Ziele im Rahmen des Möglichen liegen. Überlege dir also genau, ob du mehr erreichen könntest oder eben auch mit einem kleineren Ziel beginnen kannst. Terminiere dein Ziel genau. Nur wenn es einen Zeitpunkt gibt, zu dem du dein Ziel erreichen willst, kannst du dir eine klare Timeline setzen. Schritt Nummer 2 Deine Risikobereitschaft Welches Risiko willst du eingehen? Stell dir vor, du bist ein Bergsteiger, der sich darauf vorbereitet, einen hohen Berg zu besteigen. Jeder Berg hat seine eigenen Herausforderungen und Risiken. Von einfachen Wanderwegen bis hin zu steilen, eisigen Hängen. Deine Fähigkeit, diese Risiken zu bewältigen, hängt stark von deiner Erfahrung, deinem Können und vor allem deiner Risikotoleranz ab. Ebenso ist es beim Investieren. Jede Anlage hat ihr eigenes Risikorenditeprofil. Einige Anlagen bieten hohe potenzielle Renditen, aber auch ein hohes Risikogeld zu verlieren. Andere werden weniger Rendite erwirtschaften, bringen dafür aber auch ein geringeres Risiko mit. Die Frage, die du dir für deine passende Anlagestrategie stellen solltest, lautet also, kann ich Risiken wie Wertschwankungen oder sogar zeitweise Verluste gut verkraften? Oder brauche ich Kursstabilität, um gut schlafen zu können? Wenn dir Risiken Angst machen und du um den Verlust deiner Anlage fürchtest, dann investiere zunächst in wertstabile und wenig schwankende Geldanlagen, wie z.B. offene Immobilienfonds. Wenn du mit Wertschwankungen für eine höhere Rendite gut klarkommst, können risikoreichere Produkte auch in Frage kommen. Schritt Nummer 3 Dein Anlagehorizont Wie lange planst du dein Geld zu investieren? Stell dir vor, du planst eine Reise. Je nachdem, wie lange du verreisen möchtest, ändern sich die Anforderungen an deine Reise. Und genau so ist es mit deinem Anlagehorizont. Die Länge deiner Finanzreise bestimmt, welches Anlageprodukt für dich sinnvoll ist. Dein Anlagehorizont ist der Zeitraum, in dem du dein Geld zur Seite legen kannst, ohne es zu brauchen. Also frage dich, wie lange kann ich auf dieses Geld wirklich verzichten? Ein kurzer Anlagehorizont von 1-3 Jahren ist typisch für Leute, die spät mit dem Investieren anfangen, z.B. um sich auf den Ruhestand vorzubereiten. Hier sind risikoarme und wertstabile Investments der Weg, um nötige Risiken zu vermeiden. Ein mittelfristiger Anlagehorizont von 3-10 Jahren erfordert ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit. Hier kannst du dich trauen, etwas mehr Risiko einzugehen und z.B. Sachwerte mit Aktien oder ETFs zu mischen. So kannst du von höheren Renditen profitieren, während die stabileren Anlagen eventuelle Risiken abmildern. Und dann haben wir noch den langfristigen Anlagehorizont von 10 und mehr Jahren. Hier hast du die volle Auswahl an Anlagemöglichkeiten. Du kannst dich auf einen soliden Vermögensaufbau konzentrieren und auf größere Gewinne hoffen. Wichtig ist, eine stabile Basis mit risikoarmen Anlagen zu schaffen und dann einen Teil des Geldes in aussichtsreichere Produkte zu investieren. Nummer 4 Finanzielle Mittel Wie viel Geld kannst du eigentlich investieren? Um das herauszufinden, brauchst du einen klaren Überblick über deine Finanzen. Was bleibt am Ende des Monats wirklich übrig? Wie sicher stehst du finanziell da? Wenn du jeden Monat knapp bei Kasse bist, solltest du erstmal die Finger vom Investieren lassen. Du willst ja schließlich nicht, dass deine möglichen Gewinne gleich wieder für offene Rechnungen draufgehen. Also welche Schritte solltest du gehen? Stell sicher, dass du alle deine regelmäßigen Ausgaben abdecken kannst und am Ende des Monats noch etwas übrig hast. Vergiss nicht, unsere Inflation einzuplanen und leg immer etwas extra für den Alltag zur Seite. Bau dir ein finanzielles Polster auf für unvorhergesehene Ausgaben wie Reparaturen oder Nachzahlungen. So musst du nicht sofort auf deine Anlagen zurückgreifen, wenn etwas Unerwartetes passiert. Wenn du diese beiden Punkte abgehakt hast, kann der Spaß losgehen. Fang an, kleine Beträge in sichere und risikoarme Produkte zu investieren. Erst wenn du dich darin wirklich sicher fühlst, solltest du über riskantere Anlagen nachdenken. Doch wie viel könntest du nun investieren? Hier ist eine kleine Orientierungshilfe basierend auf deinem Bruttojahreseinkommen. Ein Gehalt bis 30.000 Euro rechne mit einer Sparquote von 8%. 30.000 bis 50.000 Euro ergeben eine Sparquote von 10%. 50.000 bis 150.000 Euro eine Sparquote von 15%. Bei 150.000 bis 300.000 Euro Gehalt kannst du eine Sparquote von 20% veranschlagen. Sind es noch mehr als 300.000 Euro, rechne mit einer Sparquote von 30% oder vielleicht sogar mehr. Aber vergiss nicht, das sind nur Empfehlungen. Behalte immer dein eigenes finanzielles Wohlbefinden und deine Ziele im Blick. Schritt Nummer 5 Die richtige Anlagemöglichkeit finden Der Finanzmarkt ist ein riesiges Universum mit wirklich unendlichen Möglichkeiten. Von Aktien und Anleihen über Immobilien, Edelmetalle bis zu verschiedenen Arten von Fonds. Aber wie findet man den richtigen Weg durch diesen Dschungel? Das Wichtigste ist, dass du deine Anlageform findest, die zu deinem Stil, deinen Finanzen und deinen Zielen passt. Jede Anlage hat ihre eigenen Merkmale, Risiken und potenziellen Renditen. Manche sind sicherer, andere riskanter. Definitiv ist keine Anlage ohne Risiko und es gibt nicht die eine Lösung, die für alle passt. Was für deinen besten Freund funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für dich. Also was ist das Richtige für dich? Recherchiere, informiere dich und lerne so viel wie möglich. Frage Menschen, die sich bereits auskennen und denen du vertrauen kannst. Lerne die Grundlagen jeder Anlageklasse und wie sie funktioniert. Verstehe die Risiken und wie sie zu deiner Risikobereitschaft passen. Schaue dir potenzielle Renditen an und ob sie helfen, deine finanziellen Ziele zu erreichen. Das alles ist ein bisschen wie beim Shoppen. Du nimmst ja auch nicht einfach den erstbesten Pullover mit, oder? Du probierst verschiedene Modelle an, vergleichst Preise, checkst die Qualität und wählst dann das, was am besten zu dir passt. Also investiere die Zeit in dich und deine finanzielle Bildung, hab Geduld und triff kluge Entscheidungen. Deine Finanzen werden es dir am Ende danken. Bis zum nächsten Mal, euer John.